Sie sind viele, sie sind dagegen und sie tragen ihren Protest ins Herz der Hauptstadt. Mitten im Berliner Regierungsviertel zwischen Reichstag und Kanzleramt demonstrieren zehntausende Menschen gegen die Atompolitik von Schwarz-Gelb. Nicht nur die geplante Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken provoziert viele Bundesbürger, sogar ein Bahnhof in Stuttgart wird in Berlin zum Thema. Nicht abreißen den Bahnhof für mehr Demokratie, überall. Aber heute und nur in Stuttgart und nur sonst wo ist, wir werden jede Woche mehr. Das ist die entscheidende Botschaft. Solidarisieren sich immer breitere Gesellschaftsschichten auch. Das klappt. Die Renaissance der Protestkultur hat alte Bekannte im Schlepptau. Auf der Straße läuft Rot-Grün Seite an Seite. Die alte Lagerrepublik ist zurück und sogar die sonst so moderate Kanzlerin geht zum Angriff über. Die Grünen sind immer für die Stärkung der Schiene. Wenn es da mal um einen neuen Bahnhof geht, sind sie natürlich dagegen. Die SPD war jahrelang für Stuttgart 21. Und jetzt, wo man ein bisschen dafür kämpfen muss, da fangen sie an dagegen zu sein. Diese Art von Standhaftigkeit ist genau das nicht, was Deutschland nach vorne bringt. Wir brauchen etwas anderes. Ein Herbst der Entscheidung hat die Bundeskanzlerin angekündigt. Viele Demonstranten auf der Straße finden Gefallen am Dagegensein. Wenn der Protest den politischen Betrieb belebt, wäre allen geholfen. Es gibt tausende andere Gründe, nicht nur Atomkraft. Ich fände es geil, wenn wir hier weiter protestieren. Ich fände zum Katzen. Jawoll! 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 Jawoll!